Hoch für den Klimaschutz und noch in der Kohle! Bei dem Arzt ist es ähnlich, der Kipppunkt ist der Oberstelle. Das heißt, wir sind wirklich drin, es passiert sehr breit. Wenn Wälder gerodet oder verbrannt wird, wie zum Beispiel in Amazonas, wird der am Holz gespeiterte Kohlenstoffreich. Ein Viertel der...